Let's go! Jochen, komm, wir ziehen uns jetzt Content aus den Hintern. Der kleinsten Kamera, den wir finden konnten. Junge, es regnet schon wieder. Komm, ich gehe duschen, warte. Komm her, komm. Bist du dir sicher? Könnte was hier los ist, guck mal bitte. Hallo, willkommen im deutschen Sommer 2024. Bitte schön. Traumhaft. Du musst dich nur noch mit Shampoo draußen hinstellen. Machen wir das? Ruppenduschen? Also ich hatte wirklich einen Kumpel, der hat bei so einem Wetter sich wirklich einen Badeschurz oder einen Boxerschurz rausgestellt. Wenn es so geschifft hat. Und hat mit einem Lappen das Auto abgewischt. Ach so, ja. No joke, hat er wirklich gemacht. Wir kommen bei den an und wollen den abholen. Und auf einmal, im strömten Regen, rennt irgendeiner Nacksch barfuß ums Auto mit einem großen Putztuch. Alter, ist der da ganz sauber? Und ich so, was machst du da? Ja, ich putze das Auto. Ich meine, am Ende. Du, wenn das so geschifft, geht das. Macht das schon irgendwie Sinn, ne? Boah, alter, ekelhaft. Aber darum geht es halt gar nicht um irgendwelche schwachsinnigen Anekdoten aus Enricos Kindheit oder Jugend. Heute geht es um ein Auto, was quasi auch schon Geschichte ist. Also so in der Form, wie es hier steht. Nehme ich um ein Auto, mein Lieber, welches wegen der Cybersicherheit, das haben wir gar nicht begriffen, ja, überhaupt nie, wie ein Auto wegen der Cybersicherheit nicht mehr als Verbrenner produziert werden kann. Ich meine, gut, sind wir da mal ehrlich, es ist nicht der einzige Wagen, der von einem Premium- oder Luxus- oder Sportwagenhersteller als Verbrenner eingestampft wird oder wurde. Und in dem Fall reden wir von wurde, weil wir sind ja im Jahr 2024 und wir reden von dem Hausfrauen-Porsche. Also manche Beschimpfen titulieren ihn als Nachfolger des Boxstars. Als Hausfrauen-Porsche. Ob das so stimmt? Und was da dran ist, der Sache gehen wir jetzt auf die Schliche. Plus, das Besondere an dem Auto ist, der hat nochmal ein kleines Upgrade bekommen. Das wollen wir uns jetzt mal reinziehen. Und die Ausstellung von diesem Ding ist übertrieben krass. Und was ich gar nicht verstehe ist, warum die Scheiße keiner kauft. Und ob das jetzt daran liegt, warum dieses Auto niemand haben will oder ob der Mythos wahr ist oder ob es einfach Quatsch ist und das Auto trotzdem ein echter Porsche ist und ob es vielleicht doch sinnvoll ist, sich so ein Auto hinzustellen, werden wir uns da mal rausfinden. Also ich finde das Auto ultra schön, ultra sexy. Genauso wie das Ding da steht, ist das richtig geil. Let's go. Let's go to the car. Let's go to the motherfucker. Was haben wir hier? Wir haben hier einen 3,6 Liter Sechszylinder Biturbo. Guck dir das mal an. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Der Spiegelfuß ist ja mal sexy, oder? Triangle. Triangle? Jawohl. Ding, 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 ding. Geht? Da kannst du hier mit den Honigs rumkloppen, wenn du tanken gehst. Ach so. Ja, ja. So. Alter. Der Monsoon. Durch den Monsoon. Hinter die Welt. Bis kein Regen mehr fällt. Oder irgendwie so ging das da, oder? Ja. So. Lange Rede gar keinen Sinn. Ich bin ganz ehrlich jetzt. Ich bin so ein Auto, von dem Baumuster, doch, das bin ich schon mal gefahren. Da war der Allrax kaputt. Ah, ja. Kaputt. Hatten wir schon mal. Wir hatten schon mal einen Macan Turbo. Und der war in Handumdrehen verkauft. Außen weiß, rotes Leder inne. Und warum den jetzt hier keiner kommt? Weiß die. Wohl beide andere pass genauso wie kamen. Junge. Oh, Hackel. Warte. Ruf schon mal die Versicherung an. Hamed, trotzdem los. Ja, oder? Wir gehen jetzt mal nach innen. Das ist ja der Baby Cayenne. Basis ist ja hier der Audi Q5. Wie könnte man es anders erwarten? Oder man arbeitet es ja auch nicht anders. Ja. Es ist ein modularer Baukasten. Das Ding wird übrigens, das ist eine Ostpacke, die Kiste. Wie so manch anderes Kraftfahrzeug aus dem Hause Zuffenhausen kommt. Der Rennwagen aus Lebsch. Ich hab mal hier, genau. Ich hab mal Sound aktiviert. Geiles Ding. Das Schöne ist, das Auto hat noch eine gewisse Würze. Es gibt ein paar Mangos an dem Ding. Das Ene Manko ist, drei Besitzer. Wenn wir jetzt mal, blenden wir das jetzt mal ein, wenn man sich jetzt mal den Brief anguckt, dann stellt man relativ fest, dass zwischen den zweiten und dritten Besitzern das Kennzeichen gleich geblieben ist. Aber das Auto auf eine Firma umgemeldet wurde und die Adresse auch dieselbe ist. Aber von einer Privatperson zu einer Firma mit EK, also sprich eingetragener Kaufmann. Das hab ich jetzt mal recherchiert. Macht man das eigentlich anders? Du, die Wege des Herrn sind manchmal unergründlich. Ja. Also, vermutlich ist das Ding sogar zu jeder Hand. Der hat mal einen Vorschaden gehabt. Der ist bei Porsche selber repariert worden. Für alle, die es noch nie wussten, der Porsche-Verrechnungssatz ist relativ sportlich in Sachen Karosserie. Das sind 19.000 Euro brutto zusammengekommen. Was war da? Weiß man das? Müssen wir blenden mal einen. Ja, okay. Ich kann es jetzt auch nicht genau sagen. Auf jeden Fall will ich das jetzt nicht schönreden, aber das ist für so eine Reparatur dort bei den Jungs noch nicht mal so viel Geld. Das geht auch schlimmer. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, das sind so die zwei Mankos meiner Meinung nach. Das geilste an dem Auto ist einfach mal die Ausstattung und die Optik. Das Auto ist nämlich nochmal von TechArt getuht. Der hat ein zusätzliches Steuergerät drin. So kommt das Auto dann in Summe von 400 PS, also 400 PS Platz auf 480 PS und von 550 Newtonmeter auf Newtonmeter sind wir unbekannt jetzt. Auf jeden Fall wahrscheinlich auf reichlich. Darüber hinaus gibt es noch ein paar schöne 21 Zoll TechArt Räder in 11x21 auf der Hinterachse und ich glaube 9x21 oder 9,5x21 auf der Vorderachse und eine TechArt Abgasanlage. Und ganz ehrlich, diese Ausstattung hier ist doch schon wieder völlig geisteskrank, weil guck dir das mal bitte an, Kunde. Sport Chrono-Paket? Okay, schön. Leder-Paket? Wuch, schön. Das Lenkrad, muss ich ganz ehrlich sagen, ich meine wir reden hier aus dem Auto, aus Bauer 2015 ist jetzt, glaube ich, oder 2014. Auch schon 10 Jahre alt, ne? Aber das sieht nicht so aus. Das stimmt. Das sieht nicht so aus. Das ist doch mal krass. Das Ding ist einfach quasi 10 Jahre knapp alt und das Lenkrad sieht aus wie aus, das ist das Schöne am Porsche, das Lenkrad sieht aus wie von, das ist 2 Jahre alt die Kiste oder 3. Ja, das stimmt. Das ist der Hammer, oder? Also auf den ersten Blick. Dann haben wir Sitzheizung, es ist klar, besitzt die man. Ich finde das mal ein bisschen krass, wie viel. Das ist schon heftig, ne? Mega. Ich weiß, Kunde, ob man hier noch was belegen konnte. Ob hier noch was ging. Das könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was noch so fehlt. Ansonsten hat das Ding Cloufix, der hat Totwinkel, ich meine der hatte auch ACC, klappbare Spiegel, Panoramadach, Alkantrierter Himmel, Kamera. Hat er auf jeden Fall, habe ich ja vorhin. Ja. Habe ich jetzt einen Rückwärtsgang eigentlich drin? Ja. Zeig ich noch. Vorhin ging es noch. Vorhin ging es noch. Entschuldigung. Hast du es kaputt gemacht? Ich weiß nicht. Vielleicht ging Regen. Wo? Guck mal hier, Aux. Aux geht auch. Ja, vorgestern, hallo, wie alt soll es sein? Ja, Cloufix hat das Ding am Start, dann Big Szener Licht mit Kurvenlicht in den ganzen anderen Klatterer-Deutschen Burmester-Soundsystem, was echt auch wirklich nicht schlecht ist und gut Musik macht. Sitz-Timmer hat es ja schon gesagt, habe ich jetzt direkt mal aktiviert. Und ich glaube, dass hier gut einer zuhause ist. Ich denke auch, also ich finde die Konfiguration sehr, sehr schön. Ja, mit Carbon auch. Die roten Gurte, rote Tauschalte. Rote Gurte, genau. Ist einfach nice. Mit roten Paket quasi. Mit roten Paket, ja. Und das Panoramadach. Geht's gar noch weiter auf? Ja, Baby. Aha! Ist ja richtig Licht drin, mein Lieber. Aber jetzt fahren wir mal eine Runde. Ich bin so gespannt. Das Einzige, was ich ein bisschen oldschool finde, ist der Wählenhebel für die Gänge. Der Knüppel. Ja, elektrische Memory-Hocker haben wir natürlich auch noch mit der Start. Aber ich finde den Knüppel besser als diese Mikropimmel die es gibt. Diese Mikropimmel? Ja. Finde ich schon auch nicht schlecht. Wenn das hier so alles flächig drin ist, ist das schon auch ein bisschen sexy. Findest du nicht? Ja, ich finde so ein Knüppel schon immer noch geil. Ja, du findest die Knüppel geil. Ich weiß nicht. Das klingt immer ein bisschen komisch, wenn du das so betonst. Wenn du die Knüppel geil findest. Das ist hier einfach nur eine 12-Volt-Dose. Achso, Keramikbremse haben wir übrigens auch. Die habe ich vergessen zu erwähnen. Keine Ahnung, wer das heute noch braucht. Döschen. Kann man aber, ich glaube, sowas kannst du heute mittlerweile relativ entspannt umfummeln auf USB. Ja. Der Kunde. Der Kunde ist da. Ist die? Und genau. Genau. Ah, hier. Da geht sie doch. Mensch. Ja, ne. Siehst du? 360 Grad sogar. Aber das ist eigentlich das Geiß hier an unserem Hof. Der säuft dann nämlich bei so Starkregen. Immer. Säuft dann auch komplett ab. Kann man schön die Autos hier waschen. Wenn man hier durchlaufen. Das geht eigentlich. Alles einfach komplett abgesoffen, ne? Geil. Geht. Gleis 17, alles zusteigen. So, komm. Genug rumgeblödelt. Alter. Das ist sogar Güterzuckerloch. Ja. Das ist halt so, ne? Chromische Bremsen, mein Lieber. Die machen dann eben bei solchen Temperaturen solche Geräusche. Wenn das jetzt massiv stört, ne? Weißt du, was du da machen kannst? Du baust das Ding aus. Haust es irgendwie für, keine Ahnung wieviel, tausende, x tausende Euro ins Netz. Und besorgst dir einfach eine Stahlbremse und dann ist Frieden am Zaun. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass die SQ5 Bremse hier einfach mal eins zu ins reinpasst. Das könnte sein, ja. Das würde mich mal gar nicht wundern. Achso. Ja, achso. So ist das. Achtung. Ui. Ja, das geht, ne? Ja. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Vom Fahren her. Ganz ehrlich jetzt. Können wir uns jetzt bitte einfach noch mal ganz kurz dieses Auto anschauen? Also ich bin ja jetzt quasi, ja so 140, 150 Kilometer mit dem Auto jetzt gefahren. Fahren tut das Ding ja mega geil. Also da muss ich wirklich sagen, Porsche, egal welchen du in die Hand nimmst. Das ist eigentlich völlig Wurst, ob das ein 997, 996, 993, 964, ein Macan, ein Cayenne, ein Panamera. Das fährt sich immer gut. Das ist irgendwie immer, gefühlt ist das eine Bank. Also nicht, dass eine Bank eine Bank ist. Also, wisst du mich? Zum Hinsetzen. Also nicht die Bank zum Hinsetzen und auch nicht die Bank, wo man sich drauf verlassen kann. Sondern das ist, umgangssprachig sagt man ja, das Ding ist eine Bank. Aber ich der Meinung bin, dass bei der Bank auch nicht sicher ist. Ja. Das stimmt. Wie könnte man es denn, das ist quasi in Granit gemeißelt. Ja? Dass das Auto, dass die Autos eigentlich nie eine Enttäuschung sind. Außer du bist nie der Typ, der sagt, Porsche, hm. Ich sage immer, es gibt immer die, die kaufen einen Porsche und fahren für immer Porsche. Und es gibt die, die haben zum ersten und zum letzten Mal einen Porsche besessen. Was anderes gibt es da nicht. Aber wenn man jetzt so einen modernen, ich meine das Auto ist relativ modern, 2014, 15 und du kannst davon ausgehen, dass die aktuellen Modellvarianten ja nicht schlechter geworden sind. Wobei der hier als aktuelles Modell, 2024, was ist das wohl, Leute? Da kann ich dir schon mal sagen, dass das leider kein V6 Bi-Turbo mit 3,6 Litern mehr ist. Eigentlich niedlich mit den 3,6 Litern, ne, wenn man so überlegt. 996 Turbo, 997 Turbo hatten ja auch 3,6 Liter, ne. Und irgendwie... Ach hier, kannst du mit deinem Kopf durchticken. Ja, Mini, hallo. Alter, guck mal, ich hab ganz ehrlich, ich hab noch nie die Haube bei dem Ding offen gehabt. Wenn ich jetzt da ist, guckst du mal bitte die Luftfilter hier, Alter. Das ist ja mal wild, Alter. Alles krass. Was? Dann hier rein, was? Das ist ja mal krass. Und dann hier, oder? Oh, das ist schon Motorsport 9. Welte Luftführung, auf jeden Fall. Das ist schon krass hier, ne? Ja, aber warte mal auf der Haube. Wo zieht denn der hier die Luft rein? Warte mal ganz kurz. Warte mal. Der muss ja irgendwo mal Luft ziehen, der Kollege. Ja, warte mal ganz kurz. Stopp mal. Guck mal, hier sind Luftschlitze. Siehst du das hier oben? Alter. Über dem Scheinwerfer. Über dem Scheinwerfer sind Luftschlitze. Krass. Mach nochmal zu. Julian, was macht sie denn? Machen sie doch mal ordentlich. Hä? Na gut, aber da schließt er hier Luftdicht ab. Das macht Sinn. Wo holt denn der sich da die frische Luft? Hier oben, oder was? Warte doch mal. Das ist ja schon ein bisschen kurios. Das interessiert mich jetzt da selbst. Porsche Exposed. So, was haben wir denn? Wo holen die Kameraden sich jetzt die Luft ab? Das ist ein bisschen wild. Ja. Vielleicht kommen wir Luft raus? Nee. Das ist ja hier luftig. Die schließt es ja hier ab. Und das sieht man ja auch, dass es hier abschließt, die Geschichte. Das zieht doch dann hier rüber, oder? Also irgendwo muss der sich doch frische Luft holen hier oben. Ist ja alles zu. Ja. Also kann ja nur von hier hinten, aber macht ja auch keinen Sinn. Nee, hier ist auch zu. Da könntest du ja die ganzen sauber hier auch sparen. Ja, das ist ein bisschen rätselhaft, ja. Ob der sich das von unten Luft holt? Du musst mit auf einer Haube fahren. Ach so, deswegen. Das macht Sinn. Ach ja. Du baust die Haube runter, wenn du dann Vollgas fahren willst. Oder er zieht sich von unten irgendwo Luft rein, ne? Hier hast du die Ladeluftkühler, würde ich sagen, links, rechts. Oh no, hier, Unfallschaden, alles. Oh, total? Hier, total. Total. Oh no. Ähm, hier hat er links, rechts die Ladeluftkühler drin sitzen. Ja. Und jetzt weiß ich nicht, wenn hier, dort, sitzt ja offensichtlich Luftfilterchen. Ja, bisschen wild ist das auf jeden Fall schon. Mhm. Komisch, ne? Hier ist einfach nur das Kühlerpaket. Fachmann wundert sich. Der Laie staunt, der Fachmann wundert sich. Das wird wohl ein Geheimnis bleiben erstmal. Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, was hier los ist. Übrigens war das Auto regelmäßig bei der Wartung bei Porsche auch gewesen. Zuletzt auch hier ein 23 in Porsche Zentrum Allgäu. Und die Dinger haben wir alle zwei Jahre, glaube ich. Übrigens, glaube ich, einer der wenigen Hersteller, die im Sportwagenbereich unterwegs sind, wo alle zwei Jahre noch Service ist. Aber auch interessant. Aha. Okay. Wo das alles sitzt. Nein. Aha, warte mal. Ach so. Ach so. Das ist ja aber auch alles ein bisschen verbaut, ne? Also das Triebwerk ist ja eigentlich nicht so riesig, ne? 3,6 Liter V6 Biturbo. Aber schon interessant. Vor allem das hier finde ich schon mal lust. Guck mal, wie viel Restgewinn die übrig ist. Das sieht ein bisschen aus, als hätte ich das da reingeschraubt. Haben wir die noch übrig? Komm, gib ja das Ding. Scheiß drauf, wie das aussieht rein da. Vielleicht wär's die günstiger. Naja, wahrscheinlich im Setzkasten. Da haben die sich gedacht, na gut, haben wir noch übrig das Ding, ne? Ansonsten vom Fahren her muss ich wirklich sagen, Punch hat das Ding auf jeden Fall reichlich. Mit dem 480 PS, also weiß ich jetzt, weiß ich nicht, ob das realistisch ist mit dem 480 PS. Kann schon sein. Übrigens die Steuerbox, die muss ja auch irgendwo verbaut sein, theoretisch. Ja. Habe ich jetzt so auf den ersten Blick nichts gesehen. Müsste man auch noch mal genauer gucken, wo die verbaut ist. Aber was ich sehen kann ist, dass die Felgen, also insbesondere die Hinterachse, ja? Was ist denn hier los? Löst sich schon die Farbe ab? Nee. Alter, guck mal, der geht die Farbe ab. Das hab ich schon noch gar nie gesehen. Eieiei. Aber wie? So ganz, ganz schliffen. Die weg von der Waschstraße, weggeschliffen, ne? Aber Design ist schon krass, ne? Die Konkarität, also auch mit den schwarzen Endrohren. Alles auch Black. Kein Chrom an der Kiste. Und dann mit dem Keramik, mit der PCCB, also Porsche Composition Keramik Brake. Mit dem riesigen Bremssättel in Gelb. Sieht einfach nur Laser aus. Also wenn du das Auto siehst, normalerweise ist das Ding ja noch ein Stück tiefer. Aber das ist einfach schon ein brutaler Rennwagen, findest du nicht auch? Ja. Und für die Kohle kriegst du hier ein richtig satt ausgestattetes Auto. Weil wenn du mal schaust, überall nochmal Carbon, hallo. Die großen Sitze drin, das ist schon... Also mit Hausfrauen Porsche hat das nichts zu tun, ne? Gar nichts gemein. Ich fühle es komplett. Auch hinten in Form. Jetzt weiß ich nicht, Klima hinten wäre jetzt noch ein Thema. Ja. Da sehe ich jetzt keinen. Da ist keiner zu Hause. Aber das wäre dann glaube ich auch so relativ eines der wenigen Ausstattungsfeatures, die vielleicht fehlen könnten. Klaufix hat das Ding ja auch. Und was ist das? Porsche-Wischer. Und was ist das? Jetzt noch Drogen. Kokain? Kokain? Kokain von wo ist jetzt so? Ah! Tag out! Ah! Die gibt auch noch. Da fehlt auch schon ein bisschen Lack. Jetzt ist Porsche drauf. Wird ja auch so lassen. Würde ich so lassen. Sehr geiles Auto. Also vom Fahren her tipptopp. Kann man wirklich... Es kann ich wirklich nur empfehlen. Die Sitze sind super bequem. Das Auto hat Leistung. Das ist nicht laut. Das ist nicht... Kaum Windgeräusche. Es fetzt einfach damit zu fahren. Du fühlst dich einfach sofort wohl. Das ist schon krass. Das hat wirklich... Du das... Egal welches Auto du nimmst. Egal ob das ein Sportwagen dann ist. Ein Sportcoupé. Ein Cabrio. Oder ein SUV. Oder eine Limousine. Es spielt keine Rolle. Es fährt sich immer gut. Das ist wie... Wie hart gesprochen hast. Du wirst es zu McDonalds bekommen. Und ein Royal TS bestellen. Du wirst genau, was du kriegst. Das ist vielleicht ein scheiß Vergleich. Aber so ist das. Ja ja. Weißt du? Die spielen halt in allen Klassen. Die spielen in allen Klassen. Wirklich top. Und ich finde Porsche... Bis das so vielleicht 1, 2 Modelle... 996 gab es so ein paar Problemchen. Und 997 und so weiter. Aber welche Hersteller hatten keine Probleme. Also welche Beziehung hatten nie irgendwas... Wo es man ein bisschen knistert. Das gehört dazu. Das gehört dazu. Aber so die letzten... Sagen wir mal so seit 2010... Läuft das eigentlich bei Porsche würde ich schon sagen. Ziemlich rund, oder? Bis auf das kleine Problem mit dem Diesel-Skandal. Und den Cayenne und so. Und den Panamera und den 4,2 Liter TDI. Naja, was sollst du? Kann doch mal passieren. Wen juckt denn das? Mit einem kleinen Zulassungsstopp? Meine Fresse. Jede Beziehung hat mal so ein kleines Problem. Das kann ja nicht immer nur rund laufen, oder? Ich meine auch die dunkel hinterlegten Scheinwerfer und so. Das sieht schon alles sehr fresh aus. Muss ich ruhig sagen. Das Auto passt. Und das klasse ist, und das finde ich am Porsche so heftig. Auch beim Panamera. Du kannst den ersten Panamera nehmen. Die Autos sind aus Ende 09. 15 Jahre. Das ist schon krass, ja. Wenn du mal seinen Vorläufer von ihm nimmst aus 09. Alter, dann siehst du, dass das eine uralte Karre ist. Das hörst du auch. Die 5-Zylinder-Diesel. Ja, das stimmt. Das ist krass. Wenn du mal einen Panamera nimmst. So einen 09er. Den kriegst du schon geschossen für unter 20 Mücken. Ja, das ist heftig, ja. Da kriegst du ein Porsche zum Happy Meal Preis. Und machst immer noch einen auf dick. Da denkt immer noch jeder, dass du Geld hast, gefühlt. Derweil hast du gar keine Kohle. Das Ding kam zum Golfpreis. Also nicht, dass du keine Kohle hast, weil du einen Golf fährst. Aber ich schreibe mich schon wieder in den Kopf. Ja, genau. Perfekt, Enrico. Mach weiter. So klappt das vielleicht noch mit dem Wachstum auf dem Kanal. Das sieht so aus, als hättest du die Tasche voll. Und derweil hast du einfach einen Golfpreis bezahlt. Aber jetzt kommt das große Problem. So ein Auto sollte man auch unterhalten können. Ja. Und das ist halt das, was viele außer Acht lassen. Wo sich keiner so richtig Gedanken drüber macht. Ja, Anschaffungspreis ist das eine. Aber dann fahren wir zum Porsche rum und... Da hört es bei vielen dann auf. Ja. Die gucken dann ganz kurz. Da kommst du ja, wenn du so reinkommst. Da gibt es glaube ich dann am Tisch des Service Baraders, gibt es oftmals dann so ein Preisschild oder eine Preisliste auf dem Tisch. Ja. Und dann guckst du kurz drauf und denkst, ja nun, da nehme ich nochmal die Karte. Vielen Dank. Ich melde mich wieder. Tschüss. Nie wieder gesehen. Ganz ehrlich, ich wüsste jetzt auch nicht um... Nur für den Wiederverkauf. Für den Werterhalt würde ich wahrscheinlich zur Porsche gehen. Ansonsten würde ich wahrscheinlich auch... Tendenziell eher das irgendwo in der Kfz-Meisterbetrieb wahrscheinlich das Vertrauen machen lassen. Ja. Da kommt ja immer drauf an, für was man das Auto gekauft hat oder welchen Hintergedanken, wie lange man es fahren will. Ja, wenn du einfach nur fahren willst, bis es durch ist das Ding. Ja. Die Motoren sind ja... Das ist ja das Schöne. Die Motoren sind ja solide. Ja. Klar haben die Probleme mit dem Verteilergetriebe. Ja. Wo wir ja aber wissen, im Regelfall ist das ein Ölwechsel und eine Spülung und dann ist alles wieder schön. Meistens. Bis jetzt war es immer so. Wirklich immer. Wir haben so ein Ding noch nie tauschen müssen. Immer Ölwechsel und bumm, lief wieder. Naja, tauschen wäre wahrscheinlich dann vollgeschritten, oder? Wenn du nicht tauscht, es ist Öl. Ja, weil das anfängt so zu rucken und zu zucken. Ansonsten hat man mit diesen... Also generell mit den 3,6 Liter V6P-Turbo... Weiß ich nicht. Ist noch nie so richtig Stress. Ja. Also klar, wir handeln jetzt auch nicht zur Zeit so viel Porsche. Ach schon. Ist deutlich zurückgegangen, oder? Ist deutlich zurückgegangen. Haben wir früher viel, 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 viel mehr gemacht. Was gerne mal bei einem V8P-Turbo und sowas passiert sind so Wasserundichtigkeiten. Wo das Ding mit den Jahren dann einfach... Hinter dem V geht so ein komisches Wasserrohr lang und so. Das kann gerne mal undicht werden. Das ist auch schönes Gemäre das zu tauschen. Da muss im Regelfall der Motor raus in so ein Zeug. Da gibt es schon so ein paar unangenehme Geschichten. Aber ansonsten im Großen und Ganzen der Motor als solches oder die Motoren als solches von Porsche der neueren Zeit. Also sprich, alles so nach 2010. Also die Metzgermotoren, die nehmen wir jetzt mal außen vor. Funktionieren eigentlich dann, ne? Aber Teckard-mäßig ist jetzt... Felge, Auspuff, Tuning. Ja, okay. Ist auch alles eingetragen im Fahrzeugbrief. Beziehungsweise Fahrzeugschein, steht soweit drin. Also nix Diffusor oder so'n Scheiß? Nö. Das ist alles soweit Serie. Ich fand den halt krass durch die Optik. Plus alles schwarz. Und diese Konfiguration innen mit den roten Gurten. Ja, schon cool, ne? Super cool. Also wenn ich mir jetzt neu bestellen würde, hätte ich vielleicht eine bunte Sitzfarbe genommen. Aber ansonsten den restlichen Wagen eben auch. Wo es sich natürlich die Geister scheiden, ist GTS oder Turbo. Das ist ja dann immer, ne? Der GTS ist ja quasi so die Sauger-Sportvariante. Da scheiden sich ja dann immer die Geister. Der GTS war noch mal lauter und so weiter und so fort. Und würde mehr kreischen und mehr Spaß machen. Ja. Beim Panamera übrigens genau das gleiche. Oder beim Cayenne. Die sind auch relativ teuer immer die GTS-Varianten, wenn du da mal guckst. Oder beim Elfer. 997 GTS ekelhaft teuer. 991 GTS ekelhaft teuer. Aber fahre ein Cabrio oder Taka-Varianten dann beim 991. Das ist schon bodenlos, ne? Wenn man da mal guckt nach einem ordentlichen Auto, dann boah. Mein lieber Scholli, da musst du richtig Kohle rauslachsen, ne? Gut. Also Freunde, an der Stelle bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, was auch immer für den Tag heute ist. Weil, weiß ich nicht, kann sein, das Video läuft erst in einigen Wochen. Wenn es Winter ist, perfekt. Wenn das Auto da immer noch steht, dann kostet mich das wahrscheinlich irgendwie 300 Euro im Monat. Das scheiß Ding. Das wär schlecht. Das wär schlecht. So, also, wir müssen weiter. Bis dann. Tschüss. Grund, was ist denn, dass ich eigentlich im Bett lagen konnte? Ja, das weiß ich auch nicht. Das ist mein Cape. Jetzt mach ich immer noch gespenst heute. Mach ich da noch. Lauf ich dann hier durch die Reihen. So. Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, wie wunderschön dieser Baum ist? Der sieht gut aus, ne? Den hab ich letztens mal so wahrgenommen. Ja, deswegen ist er auch angeleuchtet. Das ist wirklich ein tolles Exemplar. Weil es einfach schön aussieht. Ja. Gut weiter. Das ist schön, dass es endlich in der Kraft gut aussieht. Pass mal auf. Oh, jetzt mein Lieblings. Oh nein. Ich liebe das. Oh Gott. Oh Scheiße. Oh Gott. Jetzt hab ich fast vergessen, dass so ein scheiß Ding nie bremst. Nein, nein, nein. Da rein. Oh Gott. Kalt und nass. Kunde. Kleine Bremsleistung. Ja, hast du ja gemerkt gerade, ne? Ja, ja. Wie es den gar nicht bremst. Das ist ja der Hit, Junge. Mit Luftfahrwerk am Start. Wo essen wir jetzt was eingestanden? Hast du eine Idee, Julian? Gute Frage. Essen wir davor oder danach? Was wollen wir davor essen? Na, MacDonald wäre jetzt sonst der Notnagel. Oh, ja. Wäre jetzt der Notnagel, zum Reinlageln. Oder mal wieder King. Wo gibt's einen King? Dann wird's wohl MacDonald werden. Vielfrags-Restaurat auch nicht offen. Nee. Also wird's MacDonald werden wahrscheinlich auch nicht. Nervt mich. MacDonald ist mir jetzt ganz ehrlich aus meiner Weile, oder? Das war's. 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 Inher beauty. Mm4 3 3 4 8 vielem. Das war's.